Was ist denn geheime Wahl? Geheime Wahl, Nils! Nicht hier sagen, dass ihr das Rennen kacke ist. Wer hat denn den Vogel? Das kann doch Nils. Scheiße Leute, die einen da fühlen. Wer hat den Vogel? Nee, ich geh noch wieder raus. Wobei das ja voll so der Euphemismus ist. Das hat echter Vogel in der Soundspur. Ich bin rausgeflogen. Lobios ist wieder raus. Lobios ist wirklich raus. Lobios hat das Spiel. Lobios hat das Spiel. Ich bin doch wieder Motorräder. Was votet ihr denn immer für'n Kerkel? Ich hab irgendwas mit Geld. Wir machen hier Team GTA-Rennen. Was auch immer das ist. Oh oh. Lobios ist wirklich raus, Leute. Stopp. Kann einer Lobios einladen. Ich dachte, das ging um den Vogel. Und natürlich Dalu. Im GTA ist übrigens witzig. Beifahrer möchte ich sein. Da musst du schon wissen werden. GTA ist Spack bei mir. Ja, kann ich. Super. Lobios, ich hab dich eingeladen. Wie sieht's aus? Tschüss Lobios. Tschau Lobios. Tschau Lobios, ne? Was? Lobios, Alter. Hau rein. Wieder auf beliebig stellen auch, Leute. Ja, der Vorhergang. Sag nächstes Mal. Warum kann man denn? Ja, ich... Was Lobios? Ich hab mal nicht was gemacht. Hey, dein... Bei dir stimmt was nicht, Lobios. Wieso stimmt was bei mir nicht? Dein PC ist kaputt. Was ist denn bei den Lobios? GTA ist scheiße. Genau so ein guter Patch wie bei Gary's Mod, ey. Alles kaputt. Nils, warst du gestern eigentlich da? TCT? Was? Ja. Let's go party. Ich hab dich noch mal eingeladen, Lobios. Ich hab noch keine Eingangung mehr. Lobios. Wenn ich jetzt einen Partner auswähle, aber der Partner jemand anders auswählt. Ja, dann bist random. Dann musst du alleine fahren. Dann bist du alleine fahren. Also muss ich mir jemanden aussuchen, mit dem wohl kein anderer spielen möchte. Kannst den nicht sehen. Lass doch das beliebig. Oh, Grenz. Grenz ist echt gemein. Er hat dir jetzt Dado ausgewählt, damit er nicht mein Feind ist. Das ist auch ne kluge Idee. Mach statt. Mach schnell statt. Mach schnell statt. Ich hab auch beliebig. Okay, wer von euch nimmt freiwillig Early Boy? Wobei man mit dem kann auch fahren. Ich hab Early Boy als... Hat den jemand nicht gebootet? Nein. Als meidende Rolle hab ich Early Boy. Meidenden Partner. Auf gar keinen Fall. Nein, wir können GTA nicht machen, weil wir ungerade sind. Ohhhh. 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 Habt aber Glück gehabt ey. Was ist los? Ich dachte Lobi ist was raus. Ich dachte Lobi ist was raus. Wir sind im Zug fahren. Aber es hätt doch einen alleine fahren können. Ohhhh. Hätt ich so. Wär so wie ein Beifahrer gewesen, hätt ich auch mal gleich gewonnen. Ja. Das hab ich mir auch so gedacht. Ja. Aber nein. Wir würden hier nichts brennen verdammt scheiße. Denk dann. Ich nehm wieder die 18 ne. Die 18 ist das schnellste bei. Seid denn wir beide zusammen gefahren. Hey dem Sachse wachsen langsam Haare oder? Guck mal bei dem Sachse. Der guckt immer grimmiger. Ja. Ich glaub da kommen langsam Haare auf die Glatze. Ich brauch wieder das mit der... Da guck. Das ist der Regen ey. Ne ne. Ne ist ein Haare. Das ist ein Haarensatz. Eep. Du hast echt breite Hüften. Jaaa. Ja so langsam. Was ich hab breite Hüften? Hätt gesagt du hast einen fetten Arsch. Heißt ein Gebärkräuter des Rechenkollege. Ja wieder ein Klassiker du machst. Shigo hat ein weißes Hemd an und es regnet. Wieder ein. Shigo hat ein weißes Hemd an und es regnet. Wuhuu. Wuhuuu. 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 Ey was mach am ich Early weg. Mit Turbo. Den hau ich direkt weg. Okay. Ich zieh auch noch rechts. Ey man kommt dann hier beiden mal auf. Es wird alle einfach mal vorgefahren. Ja. Und Early steht da alles im Internet. Nobius du bist der größte Penner von allen ne. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Wenn Lobius nächstes Mal nochmal rausfliegt ne starte ich das renne einfach. Was. Er hat. Er hat mich am Checkpoint vorbei geschubst. Oh. 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 Oh nein. Oh. Oh da wird jemand voll vom Auto erwischt. Oh ist das. Scheiße. Jetzt bin ich letzter. Oh das waren. Ich glaube das waren Raketen hinter mir. Ich zieh meine Raketen einfach die ganze Zeit nur weg um die Direkter ins Garten. Oh. Gewitter wo. Gewitter. 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 Zittert vor dem Gewitter schnur. Ryan ist aus dem Weg. Ich muss Raketen schießen. Nicht nach rechts. Hör auf mit eurem Raketen. Oh da stand jemand. Wir wurden da der Wüste ey. Wir müssen Lobius töten. Wo ist der ey. Ich mach Lobius fertig. Ich mach Lobius fertig. Komm es aus? Ne eigentlich nicht. Ne. Da kommen sie schon. Ich hör sie. Boah. Dreckiges. Drecksschmerz. Oh. Sie werden dich nicht finden. Oh. Sie werden dich nicht finden. Sie werden dich nicht finden. Mein Rennen wurde erhöht. Bitte stehen bleiben. Danke. Da wollen wir was vom Mäuse sein. Immerhin ist das. Nein. WTF. Warum hast du mein Scheißreifen erschossen? Das war nicht ich. Du Idiot. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Das war nicht ich. Diese Mutti ist ja auf der Straße. Ey. Das ist ja wohl richtig. Jetzt kommt die ganzen Kopf schon wieder. Hinter mir ist ein Heli. Das ist unfair. Ich bin auf dem Weg. Hau ab. Ich bin komplett falsch gefahren. Ich bin nicht mein erster. Wie kann man denn falsch fahren? Ich bin aber geradeaus weiter gefahren. Das hat Nils auch schon mal gemacht wo wir erster und zweiter waren. Was ist denn jetzt? Warum hab ich es denn jetzt nicht? Alter. Du Arschloch ey. Was ist denn jetzt? Ich hab gar nichts. Du warst die ganze Zeit als Erster. Von Anfang an war ich eher so. Nein. 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 Bleib weg mit deiner Explosion. Wir brauchen mehr Explosion. Oh nein. 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 Wieso ist jetzt der Zug? Der scheiß Zug? Ist die Bahn schon weg? Ah. Und ich bin genau der Weg. Der Zug hat mich gar nicht aufgenommen. Yves aus dem Weg. Ich muss gewinnen. Die Grenze führt? Ja. Wo ist denn Lobius gewesen? Die Aufnahme muss bandit werden sein. Ja. Nicht schießen. Ja. Weg weg. Ich helfe dir der Flur an. Zur Sicherheit. Ey. Ey. Du scheiß Bullen. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Achso. Oh. Schade. Oh. Dieser Bullen. Oh. Nils. Erschießt die Bullen. Nils. Ich hab Early Bullen. F. F. Den macht er noch. Den macht er, ey. It's on. Woo. Oh. Das kann nicht sein. Doch. Nee. Eigentlich nicht. Der Helikopter fliegt über Early. Was ist denn hier los? Early hat noch wen überholt. Und noch wen. Nein. Oh. 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 Jetzt. Jetzt. Nils. Warum fährst du durch die Eisenbahntunnel? Wenn ich den Zug hier habe. Guck mir zu. Guck mir zu. Guck mir zu. Guck mir zu. Ich bin siebter. Rance hat echt gewonnen. Boah. Da sind viele Bullen. Was ein Actionfilm, ey. Ich bin voll geil. Oh. Early ist am Ende nochmal umge... Ne. Lobios war das nicht. Oh. Da ist eine gegen uns. Oh. Der Bulle brennt. Oh. Der Bulle. Lobios wurde vom Ziel erschossen. Das Spiel ist abgestürzt. Nein. Echt? Du bist aber ins Spiel gekommen. Nie beenden. Das passiert doch immer, wenn du ins Ziel kommst, oder? Nee. Meistens bin ich so spät lang. Ja, deswegen ist zum ersten Mal abgestürzt. Wahrscheinlich. Deins auch, Tego, oder was? Alter, wer hat denn da sein Fenster auf? Ich glaube bei Agipi ist der Fugel. Er wohnt im Urwald. Kannst du mal bitte in das Rumpenhaus? Was kann ich machen? Ich kann das Rumpenhaus hier fliegen lassen. Granz hat die schnellste Route gefahren, ey. Ja klar. Sechs Sekunden. Nein, dann kann ich kurz nachlauschen. Ich war auch nicht schlecht dran. Shhhh. Den hätte es eigentlich noch machen können. Und ich? Okay. Dann läuft dann einfach so ein Agipi auf. Okay, okay. Lass mal hier kein Bike-Rennen mehr nehmen. Scheiße. Gibt noch ein Custom. Early Boy, du nicht. Early. Early nicht. Du bist. Early. Early. Early, äh. Und tschüss. Early Boy. Early, hau rein, ne? Early Boy. Early. Komm gut nach Hause. Jo. Pass auf dich auf. Lobios, ne? Hau rein Lobios. Ciao Lobios. Ciao Lobios. Jo, schlaf gut. Tschüss. Wieso fliegen wir denn in ein Jet? Nils wurde eingeladen. Nils wurde eingeladen, Nils wurde eingeladen. Oh, bei Nils steht die Fett. Ich lade schon wieder. So lange, es kann sein, dass ich auch gleich rauskriege. Ah, leh, leh, leh. Was passiert jetzt? Ich habe euch alle neu eingeladen, aber... Hä? Es ist 21 Uhr. Es dauert noch, bis ich das dann nehmen kann. Es ist 21 Uhr. Fick's bei mir nicht. Yves blockiert. Yves, ne? Mach's gut Yves. Ciao. 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 Ich kriege keine Spieleinladungen. Ich habe hier nochmal eine geschenkt. Wer hat denn hier schon wieder alle eingeladen, ey? Das kann nicht so schwer sein. Gibt's doch nicht. Mac Wasabi und General Pangeo. Warte mal, ich versuch mal nach. MC Wasabi. Wasabi, MC. Wasabi, MC. Wasabi. Oh, Yves ist beschäftigt. Hä? Keine Ahnung. Keine Einladung. Scheinbar bist du in keiner Bande. Bande? Guck euch mal nicht mehr. Kannst du sie nicht kicken, damit? Nein. Aber wir könnten mal aufhören, die Leute einzuladen. Nee, das war doch in der Sachse bestimmt. Mach doch bitte. Sollte ich nie tun. Keine Ahnung. Doch, was kannst du denn tun? Du hast doch irgendein Challenge verloren, dass du hier einladen musst jetzt. Ich lade jetzt wieder alle. Wir reagieren eh nicht. Also wenn da... Er kriegt einfach ein Luftrennen, aber nicht für die... Für die... Äh? Das ist ein Luftrennen. Das ist ein Luftrennen. Das ist ein Luftrennen. Ich nehme an. Ich komme. Ich lade vor. Wer ist denn bitte schön General Pangeo? Und weg Wasabi. Dein Chef. Die neuesten Mitglieder. Minecraft. Unserer Bundle. Mhm. Kannst aber auch aus dem Single Player raus die Handyeinladung annehmen. Musst du eigentlich gehen. Ehrlich? Ja. Nee, ich glaube das ist dann unter... Brauchst du das 1 im Social. Nee. Auf dem Handy drücken. Auf dem Handy drücken wir im Single Planet Anzeigen. Liquid Dark Luft rein. Doch, das könnte sein. Ey, so ein Luftrennen sei scheiße. Ich ging das schon immer? Ja. Nee, das weiß ich. Keine Ahnung. Kann man es mit einem Abbruch? Oh, ich will nicht fliegen. Kranz ist auch dabei. Wir werden doch nur mit den Jets fahren. Über die Autobahn. Über die Autobahn. Jets. Jets. Wir haben doch sogar Fliebunterbrunten. Ja bitte. Ich möchte mit dir fliegen. Jo, wo fliegen fliegen wir auch? Nach die Syracuse. In die Hölle. Cool. Wofür war das dann gedacht, dass wir im letzten Rennen Fahrer und Beifahrer aussuchen konnten? Nö. Wie, wofür war das gedacht für ein lustiges Rennen? Naja, aber das war ja doch ein bisschen. Sie hat es endlich geschafft. Ja, weil wir ungerade waren. Einer hätte alleine sein. Hey, jetzt geht es. Ja, jetzt geht es. Aber nicht im Flugzeug. Einer ist Beifahrer. Meine Reifen wurden verschossen. Oh Gott. Das ist ja wohl eindeutig, ne? Endlaser, Leute. Endlaser. Warte, ich nehm den pink. Das wird lustig. Hä, du kannst die Farbe ändern? Okay, dann. Es gibt ja eine rote. Weil ich da vorne im Cockpit aussehe mit meiner Buchse. Chego. Hä? Das ist echt lustig. Du zeigst so viel Ausschnitt. Halt's raus, da guck ich hin. Boah. Als Frau muss man sein Holz vor der Hütten zagen. Was? Was? Holz vor der Hütten heißt das. Holz vor der Hütten. Ich finde Nils, Nils hat auch zu viel Gesicht, ey. Wie steuert man das? Stimmt, wie steuert man das? Einfach nur lenkt. W-A-S-D und 8-4-5-6 auf dem Lumpad. Und alle stürzen schon wieder ab, ey. Habt gescheit, wenn ihr Liquid sind. WTF? Was ist denn hier los? Aber der geht endlich mal ab. Der hat Speed. Pinker. Im Vergleich zu den anderen Luftlinien-Dinger, die ich da geflogen habe. Wie kommt man denn hoch? Wie kommt man denn hoch? Ich hab keine Hütten. Lumpad 5. So, das kannst du rennen. Jetzt haben wir das Fahrgestell wieder. Wie geht das? Alter, hier war's G. Ich werf was in den Tablet. Ach so, deswegen wieso? Ich denk mir, Alter, wieso sagt das denn keiner? Und jetzt rafft mich noch jemand. Ja, er hat dir gesagt und hat dich dann umgehauen. Ey. Ich will grad, er guckt drauf in der Natur. Moment, wo ist G? Ja, geht ja so was aus? Nobios! Ey, das wird gleich so lahm, ne? Ja. Oh, toll. Was? Schaut er hoch den Weg oder ich ran mich? Mach mal langsam. Wir fangen doch hier die Waffen eigentlich ab, die hier an Bord haben. Mit E. Mit F. Mit der Hupe. Mit F zum Aussteigen. Craps, ich bin wieder hinter dir. Ja. Wie, ich hab das so ausgeklappen mit dir aufgemacht. Nein! Du hast gestürzt dein Futter. An der Puss sieht deine Haare. Graf, graf. Mensch, das ließ mir keine Euro. Was ist das? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Irgend so ein Rentner hat mir jetzt vorgezogen. Oh nein, scheiße Graf. Wer ist denn der Lamasch da vorne? Lobius! Aus dem Weg jetzt mal Lobius, ey! Lobius, nimm deine hier! DALU! AAAAAAAAHHHHH! Ja, das war ja nicht! Ja, funktioniert die Natur! Toll, ich hätte gewonnen, wenn der Social Club nicht so kacke wäre. Ich hab's die Hydra genommen. HAU ABTAUTAU! Was wird das denn schon wieder winz? nein! Warum? Warum? Ja, das frag ich dich. Warum? Das ist nicht unter Kontrolle. Man, ich hab jetzt ja schon jetzt mit dir tausauf. Doch, einfach schneller! Jetzt hört doch einfach! Ja okay, ich fahr jetzt unter den Mack. Nein! Finde! Danke! Nicht mach ich noch. Unter die Brücke? Ich fliege hinter den Brücken durch. Okay, okay, ich auch! Ich fliege hier rechts. Ich habe was verloren! Ich hab'n Flügel verloren! Was? Man verliert nicht so einfach einen Flügel. Der hintere fehlt! So, ein Seitenruder! Weißt du, geh da vorne, dein Arbenarsch. Ich hab' nur einen Seitenruder! Lohmius war doch mal schneller! OOI! Ja eben, da hab ich schon nicht vorhanden abzubremsen. Ich bin schon so oft abgestürzt. Wieso bin ich noch nicht letzter? Ich hab ein Salto-Zieler von mir. Ich fahr auf den Kopf und ziehen. Ich will noch einen E-Find bei euch sein. Du warst wieder im Jage, Pios. Dranz ist der, der hier am meisten Leute gemacht hat. Ja trotzdem nicht letzter. Unter ner Rücke noch. Oh, wer ist denn der, der da grad voll in das Wohnhaus fährt? Nee, das ist schon ein bisschen makaber. Das war ja richtig gut. Darunter, darunter. Ist egal, ist vorbei. Ja, und unter Wasser. Du bist ganz tot. Richtig auf dem Bus rennen oder so. Ich bin so schön geblieben. Wie du eigentlich das Flugzeug hast. Was hab ich? Du hast mir direkt die Humpfung. Ein Hund? Aus Lücken ist ein Ellen rausgeflogen. Aus dem Kopf. Ja, das hat ich was gemacht. Fett gerockt. So, für den Rentner entschuldige ich mich. Das war noch ein Hotkey, der neben dem P6 lacht. Hör doch mal auf mit dem Kack Flugzeugrennen. Ihr habt doch keine Ahnung. Da ist ein Flugzeug. AGP, warum drückst du freier Bonus? Weil er weg muss. Achso, Glück. Jetzt können wir das GTA rennen. Nicht toll. Das wäre so cool, ich möchte einmal Beifahrer sein. Geht noch jemand. Guck mal, die Frauen möchten noch einmal nur Beifahrer sein. Oder zumindest Zweiter wären. Du musst da sagen, halt mal an, ich fang noch nen Weg. Hast du dein Handy vorgesehen? Ist Lobius wieder raus? Lobius ist drinnen geblieben. Krass. AGP hat hier alle geblockt. Ich glaube auch. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Craps. Craps, Craps. Craps, Craps, Craps. Hä? Ist das die gleiche Steuerung? Jaja, mit dem Auto ist die gleiche Steuerung wie vorhin. Schnell drückt Start. Schnell drückt Start. Nein, jetzt. Ich bin raus. Wie du bist raus? Komm rein Lobius. Lobius, ne? Tschüss AGP. Goro. Hä? Denk an viele Rampen. Ja, ja. Ja, genau. Das heißt ja, lass rollen auf dem Flugplatz. Ich will Bonze. Ich will Kackbrau und Flugplätze. Und eine unauffällige Farbe. Ich hab auch Tarnfarben gewählt. Gewonnen 11. Verloren 56. Guck mal meine geilen Masken aufsetzen. Ich hab auch so coole Masken mir gekauft. Bei Eve steht gewonnen 1. Von daher sieht man, dass die Statistik hier verbuggt sein muss. Ja, die ist total verbuggt. Ich weiß auch nicht. Lass rollen, Leute. Einfach rollen lassen, nix drücken. Geben bergab. Ich glaub das wird jetzt ziemlich hart. Ja. Na endlich. Aus dem Weg, ihr Sonntagsfahrer. Alter. Wir haben mich halt alle weg. Das war... Wer ist der Weiße? Den war ich fertig. Nichts! Ey, wer da ist? Kack, Kack! Was, what the fuck! Ich bin am Zeitpunkt vorbei gefahren. Okay, wir haben uns abgesetzt. Wer ist vorne alles? Und ich bin auch da. Ne, ne. Wir sind zu viert vorne. Wir sind zu viert. Ich bin letzter. Alter, ne? Bin das letzte. Ja, ich weiß. Ah, das war das. Wer ist der andere Gelb, oder? Ich? Wo soll ich denn hier? Ich war ja noch weiter weg und krieg den Checkpoint wieder. Lobby, was hast du denn gemacht? Auf zwei Räder tanzen lassen. Da ist einer. Der Checkpoint, Mann. Ich bin Erster. Ja genau, nimm nachher den Nötzach. Die Strecke ist groß geworden, die hätte den First Person spielen können. Achso, du meinst alle. Ja, hier sind sie alle drei, ne? Ja. Ja super, Leute. Ey, auch du bist ja unnett. Wir ziehen uns immer voll von dem weg. Du bist ja unnett. Aber jetzt darfst du jetzt schon wieder, ey. Jetzt kommt gleich wieder Nils. Hätte ich noch mehr... Nee, nee, ich wieder, ich wieder. Ja, Nils macht Stress. Nils, ey. Okay, warte, ich hab mich gefangen, ich bin nicht zu weit weg. Nils will da wirklich Stress machen, ey. Aber da, da möchte ich echt... Oh! Ja, es tut mir leid. Also wirklich... Boah, ihr Säcke, ey. Voll leid lecker. Ist okay, ich... Wie bitte, was? So, wer wäre das alles? Der Lecker. Was hast du da vorne, Nils? Ja, ich würde rüberziehen. Ja. Um mich zu rammen. Nein. Nein, der Sachse. Der Sachse will mich nur abdrängen. Träger, ey. Ja, das ist so scheiße, ey. Rügend Fuste. Bei solchen Strecken hast du nie wieder die Schwarzhafte zu holen. Ja. Ich komm vielleicht doch nicht mehr an das ran, weil der Sachse, der will mich einfach nur wegdrängen. Es sei denn, du fährst richtig heiß. Oh, ich hab einen Bohnen verwandt. Hiiii. Oh, hier ist, ey. Wer ist? Da haut er mich doch mal hier in die Wüste, ey. Ja, das rastet er. Jetzt kommt neun... Ne, ne, ich glaub nicht. Da ist noch alles drin. Hallo, ich komme. Ich komme, ich komme. Weil es sind... Weil, wie gesagt, du bist siebter, aber wir sind auf derselben Graben. Das heißt, du hast so viele Leute, wo du Windschatten wieder nehmen kannst. Ja, komm her. Ich hab einen da. Und da... Komm, hinter mir kommen drei Idioten! Nee! Nein! Nein! Er wird auf! 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 BAM! BAM! Nein! Nein! Wieso seh ich denn die Namen da nicht? Bist du der Gelbe da vorne? Ja! Hä, wieso werden wir die nicht angezeigt? Ich seh euch wieder. Oh Gott, ne Treppe! Da, du als Erster! Hey, ist das die letzte Runde? Nein! Nein! Wow! Nein! Ich hab gleich Blue Scream! Ich hab gleich Blue Scream! Ich hab Legs! Oh, Maxi! Nein! Leg it! Leg it! Leg it! Leg it! Oh, es war! Tagi! Ich krieg immer neue Spitzungen. Leg it! Leg it! Ja, das ist englisch! Wie ich der mal aufholen kann hier! Er dreht sich dann natürlich! Haha, irgendjemand wollte mich überholen und ich hab den gedreht! Das war so unnötig! Was? Du wolltest mich überholen! Ja, what the fuck? Was war denn der Mist? Ja, ich bin hier Erster! Ich wollte Erster werden! Was war's denn? 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 Oh, McFly kommt wieder! Oh, Rance! Ja, ihr wollt... Ja, ihr wollt... MacFly! Mach doch mal! MacFly! Du Mörder! Ich will hier nur meine Runde... Ach, Mann! Ich... MacFly! Ey, MacFly ist so ein Saboteur in dem Rennen! Nils, rambe ich noch! Das war nicht der Plan! Das war nicht der Plan! Das war nicht der Plan! Oh, fuck you! Oh, Nils! Oh, Nils! Fahrsachse! Wir kriegen die noch! Hahaha! Scheiße! Fahrer! Ja! Da! Da war ein Anschlag, ey! Nein! 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 Das ist doch nicht! Oh! Ey! Oh! Es hätte so ein spannendes Rennen sein können! Da kann MacFly, ey! Das fragst du! Nein! Das ist halt! Nein! Das war Crap! Drei Runden lang war ich erst, ey! Und dann haut der mich auf ein Tor! Nein! Dann kann MacFly! Yves, du kannst es schaffen! Ich war am Ende richtig knapp, ne? Du kannst dein erstes Rennen beenden! Ich krieg's dann jetzt viel... Nein! Die hat doch noch ne Runde, jetzt hab ich dann wieder ab! Yves, muss noch ne ganze Runde fahren! Ja, Spiel! Spielstülze! Ja, ich hab ein paar Sachen ausgelassen, weil ich mich ein bisschen ärgern wollte! Achso! Du bist... Ach, verdammt! Ach, ey! Das ist doch nicht wahr! Jetzt bin ich auf jeden Fall! Ganz ne Zeit ernst! Liquid... Ja, weil ich hab mich umgerampt... Grants und MacFly... Wir hatten so ein geiles Rennen Liquid Nils und ich da vorne! Da standen alle auf einem Haufen! Ich war mehrmals am Platz 1 dran und bin jedes Mal durch irgendeinen Crash nach hinten geflogen! Guck mal die Zeiten! Guck mal die Zeiten zwischen MacFly und MacFly und MacFly! Boah! 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 Achso! Zwischen 1 und 2 die Zeiten! Oh! War knapp wirklich! Ja, das war sehr klar! Boah, alle haben die gute Runde! So, jetzt!